So, dann mal ein Hallo und herzliches Willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse und alles hat ein Ende, auch Season 27. Man wird es kaum glauben, nach fast sechs Monaten wird der Spaß nun am 19. Februar um 5 Uhr zu Ende sein. Also, ja, wie erwartet, wir wussten ja schon, dass die Season so Mitte, Ende Februar zu Ende geht und die neue Season dann höchst vermutlich am 24. starten wird, also in dem Fall der 24. zweite. Die finalen Daten, die warten wir noch ab, die wird Blizzard demnächst bekannt geben. Ich denke mal, sie sind gerade dabei, die PTR-Ergebnisse auszuwerten, um zu schauen, wie viele Probleme haben wir und kriegen wir den Staff in den nächsten zwei Wochen gefixt, ja, nein, und dann wird das hier bekannt gegeben. Aber, ich schätze mal, der 24. zweite wird es werden mit dem neuen Season-Thema und jetzt hier mal das Ende von Season 27. Ich denke mal, ihr habt mehr als genug reingespielt. Ihr habt die Season-Reise hier vollständig beendet, habt euch auch dieses wunderbare Pad geholt und habt mehr oder weniger eure Lieblingswaffen mit dem Staub aufgewertet. Unter dem Strich war es, wie ich persönlich finde, eine sehr, sehr gute Season, eine sehr, sehr lange. Aber vom Season-Thema her, von den Möglichkeiten her, man konnte mal wieder neue Skillungen spielen, Strafe, Ninja, DH und so weiter, war es auf jeden Fall eine spannende Season. Zwei Monate kürzer wäre noch besser gewesen, aber die Season hat ihren Zweck erfüllt. Zwischendurch gab es auch noch die Möglichkeit, die Geschenke zu farmen. Die sollten eigentlich seit dem fünften, zweiten nicht mehr droppen. Also diese kleinen Feststagsgeschenke, wo dann die diversen Transmog-Geschichten und so weiter drin waren, die wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr geben oder sagen wir mal so, sie sollten nicht mehr droppen. Wenn ihr noch eines findet, schreibt es mir in die Kommentare, weil dann müssen sie das auf jeden Fall noch hotfixen. Das Season-Thema wird entfernt. Also das bedeutet, den Staub, den können wir nicht in den Non-Season mitnehmen, sondern es wird der Staub sowie alle weißen Items werden höchstwahrscheinlich zerstört und weg damit. Und ihr kriegt dafür die Mats. Und das wären die Geschenke gewesen, die ich vorhin meinte, die dürften dann nicht mehr droppen. Also wir sind froh mittlerweile, dass das ein Ende findet. Season 28, im Überblick verlinke ich euch unterhalb, sieht noch nicht so gut aus. Also das kann man nicht schönreden. Ich denke, ihr habt ein ein oder anderes Video gesehen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit notwendig, um Season 28 auf einen soliden Punkt zu bringen. Und damit dann zum Beispiel hier in der Bestenliste, da hat der 150er Dämonenjäger acht Minuten gebraucht und das mit einem Paragon von, was hat der? 9.000 Paragon. Am Test-Server hat der Dämonenjäger zwei Minuten gebraucht mit 1.000 Paragon. Also es ist auf jeden Fall auch die Vierer-Teams, wenn ihr da in die Bestenliste schaut, okay, das sieht genau gleich wird aus. Also hier knapp zwei Minuten und das aber natürlich mit 11.000 Paragon. Und am Test-Server war es in 58 Sekunden mit 1.500. Also von der Rangliste her, von den Möglichkeiten und sonstiges, da muss an Season 28 viel gedreht werden. Es wurde uns auch gesagt, es wird am Season-Thema gearbeitet. Sprich, diverse Punkte des Baumes werden dementsprechend angepasst. Da wird sich auf jeden Fall noch ein bisschen was ändern. Es werden auch ein paar Sachen rausfliegen, was jetzt das Farmen und so weiter angeht. Also da dürfen wir gespannt sein. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte den PTA um eine Woche verlängert, damit wir diese Sachen auch nochmal testen können. Aber man muss einfach Vertrauen haben. Also in der heutigen Zeit muss man einfach auf Blizzard Vertrauen haben. und wird schon eine gute Season werden. Aber damit ihr es jetzt mal notiert habt, Ende 19.02. Wenn es noch was zu tun gibt, vielleicht Errungenschaften oder so, dann holt euch die. Es sind relativ einfache Errungenschaften. Goldgear, klasse für sich, übermenschlich. Also diese Portale oder so, das war jetzt hier im Hardcore oder im Softcore. Könnt ihr ohne Probleme nachfarmen. Und dann seid ihr ready to go. Ihr könnt mir jetzt noch verraten, was wir im Paragon ihr am Ende der Season hattet. Ich bin hier bei 1.200 im Hardcore. Und das war schon eine ganz gute Season, bis mein Totenbeschwörer gestorben ist. Aber das ist natürlich eine andere Geschichte. Und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch wie immer viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haben den Brock wieder ausgelöst. Vor dem Ausgang. Ich wollte gerade zum Ausgang hoch. Ja, zu viel riskiert. Ich dachte mir, hier oben wäre der Ausgang. Ich dachte mir, ich mache jetzt noch den Zap. Ihr habt gesehen, dass beide ab waren. Ich wollte noch den Zap nach oben machen, 134 Hardcore tot, 72 Stunden in den Sand gesessen.